Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming und wir spielen weiter Replika und jetzt schließen wir zuerst mal auf und dann tun wir noch mal so zur Sache noch mal aufrichten Leute das ist immer eine gute Idee Leute, jetzt können wir in den Raum rein vielleicht gibt er uns jetzt noch Informationen bevor wir da reingehen Leute wenn ich erst mal Informationen in mir hole ich habe located the demon server, es durch die double doors Warum ging ja nicht auf? Komisch, das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich stand vorne und hab... Die Statue ist bereits aktiviert. Die Statue lit up. Ich glaube, wir haben etwas richtig gemacht. Ich glaube, diese 7 Statuen können eine Art und aktivieren sie in einem bestimmten Ort. Hier, die Statue. Platos! Hit! Sie sind nicht mehr verletzt. Wir müssen weitergehen. Diese Statue ist bereits aktiv. Okay, dann machen wir erst mal den. Das funktioniert. Wir versuchen die Nähe. Sie sind nicht mehr verletzt. Wir müssen beginnen. Wir müssen weitergehen. 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 Dann müssen wir doch den nehmen und dann den vorderen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Okay. Wir müssen weitergehen. 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 Aber komischerweise ist es sozusagen der Das war's! Let's try the next one Das war's! What's next? Das war's! Okay, der funktioniert nicht, aber... Aber wir wissen alle, oder? Was ist das komische? Vielleicht müssen wir wirklich den letzten machen? Jetzt haben wir noch zwei! Vielleicht müssen wir doch den letzten Platon, den letzten nehmen vielleicht... Aber das Problem ist, will ich wissen nicht... Das ist das komische! Weil die Stimme, weil die beide Stimmen irgendwie nicht... Das war's! 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 Da hinten ist noch einer. Oh Mann, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Und jetzt müssen wir gucken, welche die beiden anderen noch sind. Und dann hämmert es vielleicht, Leute. Jetzt müssen wir halt hoffen, welche die richtigen sind. Okay, Leute, jetzt müssen wir anpassen. Oh, wieder. Jetzt müssen wir erst alle wieder anmachen. Aber dass er uns nicht merkt, das wundere ich mich. Das wundere ich mich, dass er das nicht merkt, dass mir hier die Dinger anmachen, an- und ausmachen. Das verstehe ich echt nicht, dass er das nicht mitbekommt. Das funktioniert. Was ist weiter? Sie sind nicht mehr verletzend. Wir müssen weitergehen. Das ist ein bisschen nervig. So, den Hämmer jetzt und den, alter Schwede. Nehmen wir lieber die Kamera. Mit der Kamera komme ich besser glatt. So, jetzt müssen wir den da vorne machen. Alter, Mann. Heftig, aber dass er es immer noch nicht merkt. Das ist abnormal. Oder Leute, dass er das einfach nicht merkt. Und jetzt kommt das letzte. So, Leute, wir haben es gepackt. So, jetzt gucken wir mal, ob er uns was gibt. Well done, it seems you've unlocked the door to that daemon server room. Scan the server inside there and upgrade to Omni Level 2 Software. So, Leute, wir haben jetzt die Version Nummer 2.0. So, jetzt gehen wir mal. Take a look around while you're here. There's probably something useful you can scan. I've already scanned everything, guys. Okay, the camera... Oh, what is this? It's a disaster. And on the eve of the arrival, no less. Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a prisrack. And you let altered copies of the manifesto reach the... I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Deringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me. So, I can lead the arrival. Mireille, you speak the language of diplomacy. Deringer speaks the truth. The truth. This isn't a dismissal. Deringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. Watch your step. She's weak. I hope that's all it is. Where was Mireille when the Prisrak attacked her? Dissection. Outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn. Of course. I know. I can trust you. Wait. I've never forgotten this before. Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite, sir. Come, young man. Let's get to the surface. Okay. Das ist der Schlüssel zur Oberfläche. Okay. Alter Schwede. Aber Leute. Ich denke, wir werden jetzt wieder Feierabend machen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG bis dann. Und PG bis dann. Es ist der Schlüssel der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Vielen Dank.